Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops Cold War Und das letzte Mal habe ich mich ja tierisch aufgeregt, dass die Farmas oder die FFAR1 oder FFAR1, je nachdem wie man das nennen will, nicht präzise war Und ja, das versuche ich irgendwie zu ändern und ich hoffe, ich hatte damit mal irgendwann Erfolg Was mache ich denn hier am besten? Ich wollte ja hier einen Lauf, den ich freigestellt habe, reinmachen So, und zocke ich die jetzt mal und gucke, wie die so ist So Dann noch die Schalter drauf Ich hoffe, jetzt ist sie einfach für pink? Boah, wie die aussieht So, gucken wir mal, ob die jetzt was bringt Wir rushen immer, wenn ich zu viel jetzt hier So, immer um die Ecken gucken Okay Ich weiß nicht, macht das gerade einen Unterschied? Ich habe noch nichts gemerkt Aber ich werde das, glaube ich, noch gleich merken Ich wollte ja eigentlich in der nächsten Runde nicht die Farmas sagen, aber So Wieso springe ich eigentlich automatisch immer, wenn ich da Also ich muss sagen, auf jeden Fall, irgendwie scheint die mir präziser zu sein Das vorher War ein kleiner Unterschied, auf jeden Fall Zu vorher Minimal Unterschied Präziser auf jeden Fall, habe ich das Gefühl Hat das vielleicht nicht mit dem Aufsatz geklappt? So Also Kann das sein, dass die Schalter ein Unterschied war Auf der Waffe Aber kann ja nicht sein Das würde ja jeder mit einer Schalter verspielen Ja, guck Gegen den Elite Foghorn habe ich immerhin keinen Schatz Weil der hat eine MP Leider Irgendwie leckt das bei mir, oder? Nichts an meinem Controller Boah, diese Elite Foghorn, ne Geht der mir auf die Eier Oh ja Ich merke schon, die Farmas hat sich verändert Aber zum Positiven Okay, da oben ist ein Claymore Der habe ich bis hierhin gehört Kann ich hoch, oder? Kann ich jetzt? Ach, hier auf dem Dach Ach, da hast du ein Teammate Okay, dann guck ich mal hier lang Weil hier kommt ein bisschen Elite Foghorn, wäre ich Okay, ich mache einen Counter und dann kommt der Typ, ne Sechs Fünf Okay Es war so klar, dass Elite Foghorn da kommt, ne Feindliche Spionageflugzeuge im Anflug Ich muss mal ein Team mit davor Oh, ich glaube ich habe keinen Drohnenstörer, oder? Deswegen gehe ich mal zurück, weil ich habe keinen Drohnenstörer Ah, ah, oh, ich dachte, das ist ein Gegner Ja, natürlich war es aber wieder ein Headshot gewesen Warte, ich tue noch was gegen Drohne Oh doch, ich habe hier auf der Klasse Geist drauf So, einmal abwarten Ah, guck mal Das war gerade der Kettwärts Oh, jetzt wird alles marken Eingesammelt, der Wichser Hat er den Typ hinter mir gekillt? Ja, danke Dann gehe ich jetzt weiter Maa Haben die den Madarao-Shiva-Typen? Ja So Das Mikrofon bringt auch gar nichts Hä? Maa Aber gut Die Farbe hat das irgendwie Einen successer geworden Weil die ist ja auf jeden Fall präziser Äh? Boah, dieser Foghorn, ne? Ey, ohne Spaß Sind die MP-Kass irgendwie Megastark im Spiel? Weil die Leute killen mich so schnell damit Da war doch noch jemand drin, ne? Da war doch noch jemand drin, ne? Ja, testen wir mal die MP-PSH aus, ne? Ach Gott Ja gut Ich glaube, das ist ein MP-Map, deswegen wählen wir mal die MP aus hier Leider habe ich für die MP-PSH gar nichts Egal, reicht für den Typen Geht doch vorräte Oh, ich habe auch keine Totenstelle, merke ich gerade Okay, definitiv eine MP-Klasse Hallo, er hat gerade selbst Mord begonnen Er hat selbst Mord begonnen Marken einsammeln, Marken einsammeln Ja, ja, ja Boah Guckt euch das mal Ey, das ist schon wieder mir Niedergeben, ey Egal Wir holen jetzt die Vorräte Also Ist das wirklich, glaube ich, so Und das merke ich In dem Spiel, vor allem Die Waffen kannst du ohne Aufsätze nicht spielen Weil Dann hast du irgendwie das Gefühl, als wenn du so ein Boah Ist das eine Scheiße, die Aufschlusserie? Jawoll Oh, ich habe ihn gekillt, aber Das haben wir so nicht geüht, der heißt euch zusammen Da wollte ich gerade die Marke einsammeln Ah, da oben ist auf jeden Fall ein Gegner Boah, wieso kriege ich schon wieder den Header? Äh Ich kriege ihn in dem Spiel Nur Headers So, geht doch So Ah, verloren Scheiße Die roten Socken Die roten Socken Oh, guck mal Die präzise seine Waffe ist Ich glaube, ich brauche wirklich Aufsätze für die Waffe Die springt ja gar nicht Okay Ich glaube, die selten hätten das nicht Black Ops Cold War nennen sollen Sondern Ähm Irgendwie so Ach, kein Plan, wie sie es hätten nennen sollen Auf jeden Fall hätten sie irgendwas mit Aufsätzen machen sollen Damit man auch so ein Warnschild auf der Verpackung oder so Achtung, du brauchst Aufsätze oder so Ähnliches Oh Gott, dann misse ich die alten Zeiten Jedenfalls Bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao